Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Kommi hat etwas gekauft, was er nicht hätte kaufen sollen. Ich glaube, das wird tatsächlich nochmal irgendwann eine Serie. Sagen wir mal, das ist Part 6 oder 7 oder hat man nicht gesehen. Konsolenkost kennt vielleicht nicht jeder, ist aber in der Theorie ein richtig interessanter Laden. Müsste drüben in Berlin sein, glaube ich. Und die haben eine Wundertüte verkauft. 20 Euro für 5 PS4 Spiele. Und ich habe das Ding jetzt nur aufgemacht. Gut, ich habe es aufgemacht, weil man dann meine Adresse nicht sieht. Hast du nicht gesehen? Aber natürlich das allererste, was mich da begrüßt, ist direkt schon mal so, oh ja, das, ja, man könnte sagen, ist ein Flop. Aber darunter liegen noch vier weitere Spiele. Und da ich nicht weiß, was wir da haben, werden wir mal gucken. Ich glaube nicht, dass ich wirklich glücklich werde mit NBA 2K16 featuring Spike Lee Joint. Ja, was auch immer. Oh, danach der Kassenschlager Madden. Die 2017er Version nehme ich an, weil 17. FIFA, großartig. Assassin's Creed Unity, da haben sie sich dann gedacht, ja, okay, der arme Kerl, hat er mal wenigstens ein anderes Spiel. Und, oh, die Elder Scrolls Online, okay. In einer Steam Box. Ich weiß nicht, ob sie normalerweise ohne kommt, aber interessant. Also zumindest bei, ja, das Scrolls Online, jetzt mal abgesehen davon, dass ich, glaube ich, dafür ein Abonnement brauche und Playstation Plus oder so ähnlich. Da, das finde ich gar nicht mal uninteressant, dass Assassin's Creed Unity, dass es die, ja komm, Special Edition sein soll. Spiele, ich meine 30 Minuten und so, ja, wuh, aber, ne, okay. Aber drei Sportspiele, ich meine, das kann man besser. Das kann man besser. Es gibt auch andere Müllspiele, die man reinwerfen könnte. Anyway, kurz und knappes Video. Äh, glaube nicht, dass das wirklich gut ist, aber egal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.